Ah, warte mal, wir müssen in der Nähe aber auch noch die Steine sammeln, ne, von den Inseln, sonst kommen wir wieder nicht an Steine dran. Ja, ja. Brauchen wir. Okay. Und Schrott ist ja auch, ne, so Schrott und Steine. Oh, der Hai greift an die ganze Zeit an, ey. Okay, dann müssen wir vielleicht, dann lass uns gleich abwechseln, dann gehst du gleich einmal kurz auf die Insel und sammle Steine und dann verteidige ich. Oh, der ist schon wieder hier. Der blöde Arsch, krass. Da lernt sie. Oh, oh, ich muss was essen. Hast du ja mittlerweile eine Angeljahre, ne? Ne, hab immer noch keine. Hast du nicht? Ist da nicht noch ein Fisch drauf oder hast du den schon? Den Fisch hab ich jetzt gegessen. Okay. Oh, hier sind so schöne Steinchen. Ich sammle alle Steinchen auf. Oh, ich hab auch Sand gesammelt. Okay. Sand muss man übrigens auch mit diesem Haken sammeln. Warum auch immer. Wo ist das Bötchen da? So, ich hab jetzt einige Steine. Hoffentlich können wir damit irgendwas bauen. Hoffentlich. Oh, der Hai. Sollt ihr den Hai mal mit dem Bogen später erschießen? Ich glaube, es geht bestimmt. Mehr, ne? Locker. Guck mal, kann man das hier zum Beispiel reparieren? Ne. Braucht man auch wieder Plastik für. Scheiße. Planker, planker. So. Brauchst du jetzt irgendwas Spezielles? Also. Ich brauch einen Speer und dafür brauch ich Planken. Planken. Acht Stück. Ach komm, wir können ein Vogelnest jetzt. Uh. Acht Planken brauchst du? Ja. Jetzt mach ich mal ganz kurz hier. Inventar ein bisschen frei. Warte mal. Äh. Okay. Oh, ich hab irgendwas Falsches gedroppt, aber ist egal. So, müsste jetzt genug sein. Jo. Danke. Ja, jetzt hab ich den Speer wieder. Sieh, 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 sauber. Aber ich brauch noch ne Angel. Ja, die machst du dir auch direkt, die Angel. Da, der Angel. Ich angle mal eben nochmal Fischchen. Ach, scheiße, ist das jetzt von. Wir müssen das hier hinten droppen, sonst geht das immer in unser Netz rein. Bolzen und Schrott. Okay. Bolzen und Schrott. Bauhammer rechtsklicken. Oh, wo ist Schrott? Hast du denn jetzt ne Schrott? Ah, hier ist reparieren. Ah ja, nice. Hast du Schrott? Äh, ich hab ein bisschen Schrott, ja. Kannst du mir ein bisschen was geben? So drei Stück brauch ich. Äh, ja. Dankeschön. Äh, guck mal, wenn du den Bauheim erhältst, dann kannst du auch rechtsklicken drückt halten und verschiedene Sachen bauen, ne? Ja, stimmt. Und da ist das Reparieren ganz unten. Okay. Oh nein, ich bin auf Holzdach. Wie gehe ich hier auf den Standard? Also, einfach, äh, linksklicken drückt halten zum Auswerfen. Sobald ein Fisch da dran ist, dann merkst du, dann steht da, äh, linksklick und dann musst du einfach drücken. Okay. Was ist das denn? Ah, okay, jetzt hab ich's. Kann ich die Rezepte wegwerfen jetzt, oder muss man die behalten? Ich glaube, die können wir wegschmeißen. You sure? Oh, wo? Sonst verlieren wir unsere schöne Gemüsesuppe nachher noch. Ich tue auch nochmal ein Fischchen drauf. Behalten müssen wir die. Okay, da müssen wir Lager bauen. Hier bauen wir jetzt weiter? Ja, können wir machen. Äh. Ich baue nur uns einmal... Oh, 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 oh. Oh, no. Nice. Immer noch lebt, ey. Ich repariere den Scheiß. Habe ich jetzt den Anker eingesammelt? Ich seh ihn nicht. Den müsstest du jetzt haben, ne? Ja, wir gehen auf jeden Fall weiter. Ich hab den Anker nicht. Nee? Nee. Kann doch nicht weg sein. Lol. Oh nein. Ich mach mal eben ein Seil. Wo ist der Seil nochmal? Hier. Dann kann ich uns nämlich jetzt eine große Kiste bauen. Ja. Dann können wir viel mehr Scheiß reinlegen. Okay. Die ganzen Rezepte, all den Scheiß und Samen, die wir nicht brauchen. Ich brauche ja eine neue Angel, ist das Problem. Aber wir haben da noch irgendwie jetzt eine krassere Angel. Ach, der Anker geht nur einmal. Okay. Nur einmal? Ja. Ist ja traurig. Nein. Ah, guck mal hier. Wir haben was im Treibnetz. Yay. Was ist denn da? Da war, äh, keine Ahnung. Nichts Besonderes. Ich glaube, ein Stück Kunststoff drin. Nice. Davon müssen wir uns hinterher auf jeden Fall mehr bauen. Auf jeden Fall. Dann sammeln wir jetzt Bogen. Was braucht das Kletterpflanzen, Glibber? Was ist das denn, Alter? Haben wir einmal in der Truhe. Laterne. Ja, ich brauche fünf Seile. Dann kann ich mir eine Metallangel besorgen. Dann kann ich öfter angeln. Kann mir gleich die Seile geben. Wollen sich das geben? Also, ich finde es geil. Macht es eigentlich Spaß. Ich habe das halt schon mal vor ein paar Jahren gezockt, zusammen mit dem Quantum. Da hatten wir das Spiel auch schon durchgespielt. Hast du vier. Aber es ist halt super lange her. Dank. Da brauch ich nur noch ein Seil. Finger. Und der hat das aber auch schon Bock gemacht. Das ist aber schon super lange her. Da war das, glaube ich, noch in der Alpha oder so. Alpha, Beta, irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir damit dann quasi durch, weil wir haben dann alles gebaut, alles erforscht und so. Waren überall. Dann war man irgendwie an so einem komischen Gerüst da. Super. Aus der Vergangenheit. Und dann, ja, dann war quasi vorbei. Da, 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 da. Ah, nein. Ich habe kein Palmenblatt gefunden. Ich brauche immer noch zwei. Du hast dich zufällig noch zwei Palmenblätter oder ein Seil? Nee, leider nicht. Ja, also, ich finde da mal Spaß, Jinx. Vor allen Dingen, äh, das kannst du halt auch mit mehreren oder zu zweit zumindest zocken. Ich weiß nicht, ob mit noch mehr Leuten, aber zu zweit geht halt auf jeden Fall. Oh, da ist schon richtig schön Fisch geangelt, ey. Fleißig, Icarie. Ja. Nice. Ich angel die ganze Zeit. Ja, wie gut. Was ist diese scheiß Blätter? Guck mal, wie viel besser so eine komische Metallangel jetzt gleich ist. Wahrscheinlich hält die nur länger, ne? Sonst macht die jetzt wahrscheinlich auch nicht viel besser. Also, die hält richtig lange. Die hält richtig lange. Ich will ja hoffen. Ich bin dann nicht mehr bei der Hälfte. Ach, hast du dir auch schon eine gebaut? Ja, ich, eine Angel? Ne, Metallangel. Ach so, Metallangel. Genau, die habe ich mir zuerst gebaut. Ja, nice. Metallhaken, ey. Da bin ich auch kurz davor. Oh, hä? Alles gut, ich bin runtergefallen. Oh, scheiße, ich brauche Futter. Futter, Futter, Futter. Oh, jetzt ist das so ein bisschen entspannter. Ja, ne? Ey, unser Treibnitz sammelt gar nicht. Wir brauchen gleich auf jeden Fall... Oh, hei, hei, hei. Der ist tot. Ja, ja, ja. E drücken, E drücken. Drangehen und E drücken. Oh, nein. Nice. Nein, unser Floß. Kriegen wir das jetzt noch? Ja, ne? Boah, das wäre jetzt richtig traurig. Stell dir mal vor. Alter Schock. Dann müssen wir wieder von vorne. Ich habe einen Heilkopf, Fikari. Nein. Die kann man tragen. Oh, guck mal. Guck mich an. What the hell? Sieht ja gut aus. Na, das passt zu dir. Lass den. Aber der nimmt ein bisschen Sicht weg, leider. Das ist das Doofe. He is going to kick your fucking ass, and you know, his name is Kyle Gass. Rocking a fucking road. Oh, ich kann noch mehr. Eine leere, eine richtige Flasche. Ein Speer, ein Wecker und eine Vogelscheuche. Oh, nice. Oh, nice. Ein richtiger Speer. Nee, das ist ein Pfeil. Lol. Okay, immerhin haben wir jetzt ein Pfeil. Das ist ja, denke ich mal, auch wichtig. Ja. Wenn man einen Bogen hat, und wir haben gar keinen Pfeil. Kunststoff. Wir brauchen dieses scheiß Kletterpflanzenglipper. Dann können wir richtige, äh, richtige Kunststoffdinger machen. Nützlich beim Melken. Ein Eimer zum Melken. Gibt es hier auch Kühe? Oder können wir den, ist das ein ganz normal für das Wasser? Doch, man kann ein Tier, glaube ich, auf seinem Fluss haben. Echt? Ja. Ich habe das bei, ähm, mal woanders gesehen. Die hatte so ein, äh, Lama oder sowas auf dem Fluss. Das ist ja nice. Wir haben auch so ein Lama. Hier ist ein Lama, da ist ein Lama, 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 Lama. Hey, was ist das Treehouse? I left in the cake. Das, ähm, das Haifleisch können wir grillen, das gibt richtig viel Energie, ne? Oh, nice, so. Es gibt ein The Forest 2. Es kommt bald. Oder? Oder ist es schon raus? Weiß ich nicht. Vielleicht kommt es bald. So eine Erweiterung, quasi. Okay, hast du eigentlich mal Stardew Valley gespielt? Da hast du mich schon mal gefragt. Das hat mir nicht so gefallen. Nein? Ach, schade. Das kann man nämlich auch zu zweit zocken. Das kann man auch zu zweit? Mhm. Oh, ich brauche einen neuen Haken. Wir haben ja gerade alles so noch. I must use a treehouse. I left in a cake. Wie viele Fische hast du mittlerweile auf Reserve gefangen? Ein paar. Dieses Jahr kommt das. Ein paar. Ein paar? Ja, ja. Wie viele ein paar? Die Kari ist so richtig präzise. Äh, hier sind noch ein paar Fische. Okay. Jetzt holen wir die mal alle hier rein. Ich packe auch noch welche rein. Ich habe auch noch. Vor allem noch mein Highsteak. Das werde ich gleich erst mal braten. Das sieht aus wie Lachs. Sieht richtig geil aus. Boah. Boah, da freue ich mich drauf, ey. Das sieht aus, als würde das richtig geil schmecken und richtig satt machen. Igeri, kannst du denn jetzt mittlerweile ein Bett machen, dass wir die Nächste überspringen können im Notfall? Ja, ich gucke gleich mal. Aber ist eigentlich auch nicht so schlimm, ne? Die Nächste sind jetzt auch nicht schlimmer irgendwie. Nee, zum Glück. Oh shit! Neuer High, neuer High, neuer High. Naja, der kriegt gleich mal unsere richtigen Speere ab hier. Du musst auch immer mal gucken, ob du die Ränder reparieren musst so mit dem. Jo. Komm mal. Wo ist denn hier so ein Bett? Hier zum Beispiel, das Ding hat nur noch 30% Gesundheit. Das geht nicht. Anbaufläche. Ja. Wir reparieren ab 70%, okay, Hikari? Ja. Ja, da können wir hinterher auch Palmen, ne? Wenn wir so Kokosnüsse und so finden. Können wir die anpflanzen. Und dann kriegen wir davon auch Holz und sowas. Oh. Also immer ein paar Nüsschen. Können wir selber wirtschaftlich und ökologisch einen Floß haben, wo wir alles anbauen können. Eine eigene kleine Welt, Hikari. Eine eigene kleine Welt. Boah, wie lange dauert denn das? Ich verhungere gleich. Echt? Dauert so lange, ne? Ich bin cool. Also ich wollte gucken, ob ich noch ein Bett bauen kann. Wo hast du das gebaut? Ah, hier. Mich dauert das jetzt nicht wieder von vorne. Also ich habe jetzt auch ein Bett. Nice. Komm, Haifisch, Mann. Ich verhungere gleich. Wie lange dauert das? Scheiß. Ja. Fertig. Oh, das geht richtig viel. Das ist nice. Direkt nochmal einen drauf. Nein, ich habe das roh gegessen. Nein, ich wollte das nicht roh essen. Oh nein. Oh, verschwende. Das hat mir nicht mal Plus gegeben. Was ist das denn? Nein. Kann ich den auch beraten? Nee. I was once at Treehouse. Ach, ist das schön, Hikari. Richtig. Ist das herrlich. Richtig schön. Was war das? Hallo, ich wollte alleine schlafen. Das sollte eine Überraschung werden. Guck dir mal meine Pflanzen an. Hast du schon gesehen? Nein, zeig mal. Oh, du hast sogar was. Ah. Geil. Ich kann nicht mitbekommen, ey. Nice. Gefällt mir. Wir können später so richtige Kajüten bauen. So Wände und so. Hey, nimm mal über. Die begreift deine Zähne. Was? Oh, die hat eine Pflanze. Alter. Böde Pitsch, Alter. Ich brauche eine Vogelscheuche. Mhm. Wann kann man Insekten fangen? Das ging früher nicht, ne? Wie toll ist denn die Vogelscheuche? Warte mal. Wo findet man die überhaupt? Meine Güte. Nagel. Oh, Nagel. Haben wir. Drei Schleuchte. Haben wir, ja. Oh, ich kann eine bauen. Ich habe alles. Ich brauche eine. Ich brauche eine. Ich brauche eine. Okay. Boah, hoffentlich funktioniert die auch die ganze Zeit oder so, ne? Und nutzt sich nicht auch ab. Das wäre doof. Ist so sweet. Süß. Können wir... Wir brauchen irgendwie ein geileres Paddel. Und da... Wie wäre es mal mit einem Segel? Ah ja, stimmt. 20 Palmblätter. Und ein Wimpel, damit wir sehen, in welche Richtung vorwärts ist. Das mache ich auch mal gleich. Aber ich glaube, erstmal besorgen wir uns gleich ein Segel und treiben einfach in die Richtung, in welcher auch immer. Ist ja egal. Ey, Mr. Online, das wäre doch eine schöne Überraschung für dich, oder? Sei ehrlich. Du hättest dich doch gefreut. Da macht irgendwie Bock, ne? Das macht... Das ist so satisfying. Mhm. Irgendwie. Wenn das so langsam ein bisschen mehr wird, immer... Ja, genau. Und man kann immer mehr Sachen craften und es wird immer schöner und größer. Oh, das ist runtergefallen. Hi. 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 Hier, ich komme. Ach. Ach, das ist... Okay, ich repariere mal. Jo. Oh. Ich dachte schon, da greift schon wieder das Fluss an. Und dann habe ich gesehen... Ach, das war nur die Hikari. Oha. Aber Menschen halten das ja irgendwie besser aus. Sie heilen wenigstens. Und das kostet keine Planke. Jo. Wir brauchen ganz viele Palmblätter. 20 Stück. Ich weiß nicht mehr genau, wofür. Ah ja, ich glaube, für ein Segel. Also, ja. Alle möglichen Blätter sammeln, die du findest. 20 Stück brauchen wir für so ein Segel. Dann bewegen wir uns wenigstens mal ein bisschen schneller. Dann bauen wir nur noch so Netze. Und dann sammelt sich alles von alleine. Ja. Aber wir brauchen auch noch wieder einen Anker, falls wir mal eine... eine Insel finden. Ich mag alles, was automatisiert ist. Dann müssen wir uns nichts mehr... Dann bauen wir uns dann richtig schöne... äh... Richtig schöne Stühle. Ja. Dann setzen wir uns in die Sonne. Und dann lassen wir alles sammeln vom Boot. Also, 10 habe ich schon. Wollen wir nicht nicht auf dem Segel bauen? Ja. Deswegen brauche ich doch 20 Pflanzen. Ach so. Blätter. Hier. Hast du schon mal 8? Ich habe 8 hin. Nice. Aber ich habe noch 2. Ich habe das Gefühl, du hörst mir gar nicht zu. Da erzählst du immer so viel. Das ist aber alles wichtig zum Überleben. Okay. Ah, ich brauche ein Ding. Oh oh. Ich kann nichts mehr ranziehen. Ich habe das nicht mehr. Außer, mit wem soll ich sonst reden? Wir sind halt nur beide hier auf diesem Floß. Es ist uns kein Mensch da. Ah, hol die, hol die. Ja. Mhm. Nee, der Spoon, der... Was war das denn? Wir müssen aber das... Der Spoon streamt gar nicht mehr. Also generell nicht mehr. So, ich kann ein Segel bauen. Auf geht's. Jo. Machst du es dann in die Mitte? Ja, kann ich machen. Oh, ernten. Ich kann schon ernten. Nice. So, öffne das Segel. Können wir das eventuell drehen, falls das jetzt falsch rum ist? Ja, ne? Halte eher für sanftes Drehen. Ah, ja. Das kann ich nicht pflanzen mal mehr. Achso, da kommt wieder... Ah, okay, ich verstehe. Ich soll gleich nochmal einen Wimpel bauen. Dann sehen wir auch genauer, in welche Richtung das geht. Ach, guck mal, kann ich machen. Okay. Hä? Hikari? Was ist mit deinem Bett passiert? Was denn? Ich hab das woanders hingepackt wegen dem Segel. Gibt's ja nicht. Warte mal, das ist jetzt das Segel? Achso, nee, das ist das Segel. Ah, richtig lustig. Das ist jetzt das Segel. Oh, Gott, ey. Oh, hier krieg ich echt den Knüller einfach, ey. So. Oh, mein Gott. Bestes Segel. Das bringt auch so richtig viel, ey. Toll, toll, supertoll. Schön, toll. Boah, Alter, das muss ich mir auf jeden Fall nachher nochmal rausklippen. Da hab ich richtig Bock drauf. Ey, Dragonwing, danke für die 31. Vielen Dank für den Support, mein Freund. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Merci, Mann, merci. Ich hab zwar noch ein Paddel, aber das ist gleich im Arsch. Ja. Du hast mein Haifisch gegessen. Ja. Du Sau, ey. Ey, wie die heimlich immer alles weg ist, ne? Ey, auf die musst du voll aufpassen, ey. Die ist einfach deine Sachen weg. Oh, ist das so lecker aus. Boah. Ich hab mich so gefreut auf Hai, ne? Dann hatte ich nur ein Stück. Mann. Ikari sorgt sich gar nicht um die anderen Menschen, weißt du? Richtig eigentlich ein richtig schlechter Mensch, die Ikari. Hey, da ist so eine kleine Insel. Wollen wir da hin? Ja, hab ich ja gesagt. Das Problem ist, mein Paddel ist gleich im Arsch. Okay, was brauchen wir für ein neues Paddel? Ich mein, ich könnte das da ein bisschen hindrehen, aber wenn das, äh... Wenn der Wind halt nicht von da kommt, dann bringt uns das nichts. Hey, Hai. Oh. Das hab ich neu gebaut, du Stück Scheiße, Mann. Das hab ich gerade jetzt gebaut. Ich baue es neu, bitte schön. Oh, ich heule. Okay, das bringt uns zwar jetzt nichts, weil wir da theoretisch nicht hin, aber... Ikari bringt immer so Schoten. Kannst du auch ein bisschen paddeln? Hast du noch ein Paddel? Ähm, ich guck gerade. Ob ich's bauen kann. Ah, ich kann direkt ein neues bauen. Perfekt. Ah, Paddel. Ah, mir fehlt leider ein Seil. Äh... Aber hab ich bestimmt gar nicht. Ich kann dir ein Seil auch droppen. Hier. Okay. Aber wir haben jetzt keinen Anker, oder? Hast du einen Anker? Ah, nee, hab ich nicht. Okay, dann, ähm... Äh, Seil und Stein. Stein hab ich auch nicht. Oh, ja, sonst muss einer halt immer so ein bisschen paddeln. Warte mal, ich guck mal, ob ich einen machen kann. Guck mal. Ah, ich brauch Planken... Zwei Planken und ein Seil. Oh, was liegt denn da alles so rum? Das sind nur vor allen Dingen Pflanzen, oder? Das ist ja eine weirder Insel. Warte mal, wie hol ich das Segel ein? Vielleicht können wir irgendwie hier stacken. Genau. Ich glaub nicht. Egal, ich paddle da ein bisschen. Oh, ich muss was trinken. Oh, ich hab gar keine Axt. Hast du eine Axt? Nee. Ich brauch Planken und Seile für eine Axt, aber ich brauch die Axt, um Planken und Seile zu bekommen. Ein ewiger Kreislauf. Digga, du fährst weg. Ich weiß, ich muss was trinken. Die Insel ist kotig. Ich glaub, es ist scheiße ohne Dings, oder? Von Anker. Ja. Ja. Was brauchen wir denn für einen Anker? Ja, äh... Das Ding ist, ich brauch halt auch eine Axt. Dafür brauch ich aber noch Seil und Planken. Haben wir noch Bolzen? Oh, Seil ist grad richtig, äh... Ja, dann scheiß auf die Insel erstmal, oder? Ja, wir müssen jetzt erstmal noch einige Planken sammeln. Ja. Okay, ich lass das. Wieso weißt du die anderen Sachen nicht? Okay, weiter geht's. Oh, ich hab ne Axt! Lol! Ich hatte ne Axt! Voll. Okay, warte mal. Hm. Ah, es hat jetzt nicht zu weit, ey. Einfach drauf scheißen jetzt. Ja. Ja, wir scheißen drauf. Ja. Wir farben lieber noch ein paar Planken. Boah, der Haken geht auch so schnell kaputt, ne? Dieser scheiß Plastikhaken, das nervt voll. Also, demnächst müssen wir nur noch die besseren Sachen bauen. Was soll Melonen sagen? Gehen die da nicht hin? Nö. Ähm. Ah, die greifen also die... Dingens an. Vogelscheuche. Wenn die dann kaputt ist, dann funktioniert die nicht mehr. Ah, verstehe. Okay. Boah, das war ne richtig gute Box. Aber Hauptsache, ich hatte ne Kisten, ne scheiß Axt bei mir. Die haben eventuell noch das nicht gesehen. Wird so ein Sammelnetz auch irgendwann voll, dass das nichts mehr aufsammelt? Der passt hier nicht hin. Ich hab nen Fisch, der passt da nicht hin. Boah, ist das ein fetter Tum? Was ist das? Ich weiß es nicht. Oh, ein Lachs. Oh, geil. Ja, da braucht man ein großes Feuer für einen großen, äh... Oh, Mann. Grillplatz. Boah, Alter, da hab ich richtig Bock drauf auf Lachs. Ich auch. Toll, weißt du? Ich hab hier dieses Sammelnetzchen gebaut. Da geht so nie was durch. Das sammelt nix. Ich sammelt es immer ein, was da drin liegt. Ach so. So wie du heimlich auch immer mein Fisch isst. Hat doch Hunger auch. Ja, haben andere Menschen auch, Fräulein. Und auch immer planken an das Futter. Ich glaub, das Gute ist, wenn wir nachts pennen, dann verlieren wir keine Nahrung und trinken, oder? Verlieren wir das dann... Doch, ich glaube, dann wachen wir, glaub ich, mit weniger auf. Bin mir aber nicht mehr sicher. Irgendwas leuchtet da hinten. Ah, es ist heute Sonne. Oh, shit! Drecksvieh. Ich mach mal die Reparaturen-Guard. Ja, mach das. Ist da noch was zu reparieren? 85. Alles gut. Oh, Schrott. Toppel. I was once a tree house. Futter ist drüber. Boah, ey, ich hab so Bock auf so ein richtig geiles Fluss später. Ich freu mich da schon richtig drauf. Ja. Und ich freu mich schon, das Ganze einfärben zu dürfen. Ach so, ja, stimmt. Ja, da darfst du dich ausleben, wie du willst. Ist mir egal. Oh, danke, danke. Meine Kajüte kann auch pink sein. Mir ist das völlig egal. Oh, yeah. Oh, ich muss was trinken. Aber ich mag übrigens schwarz-lila sehr gerne. Okay. Falls du dich an meinen Geschmack bei meiner Kajüte orientieren willst, zumindest. Ich mag schwarz-lila in Kombo gerne. Was war das? Na, wir gehen so gerade ein bisschen unter. Alter, ich will nicht untergehen. Hi. Übrigens, das hier, was du meintest, ist, dass jetzt das Segel ist übrigens der Wimpel. Der zeigt uns die Windrichtung einfach nur an. Dann weißt du, müssen wir halt in welche Richtung wir das Segel drehen müssen, damit wir am schnellsten vorankommen. Sobald wir irgendwo andocken wollen oder sowas, ne, musst du auch dran denken, dass wir dann das Segel einholen, damit wir da nicht so voll schnell dran vorbei... ...dran vorbeizischen. Oh mein Gott, ich falle mal runter. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Mami, hilf mir. Einfach wieder drauf. So, was können wir denn jetzt bauen? Insektennetz. Haben wir Bock auf Insekten? Oh oh, ich habe außer dem... ...ägliches Wasser getrunken. Wofür brauchen wir denn eigentlich so ein Ziegel? Ich kann nass ein Ziegel machen. Ziegel kann man bestimmt so irgendwas mauermäßes machen, oder? Ja, aber was? Ich glaube, wir müssen das erstmal bestimmt noch erforschen. Lass mal gucken, ob wir noch erforschen müssen generell. Metallbarren, Bienenglas, Seetank. Dann können wir uns Flossen machen, ne? Ist doch egal. Das hört sich auch gut an. Oh, eine Sauerstoffflasche. Dafür müssen wir nur einmal die Plastikflasche craften. Eine Feder, Kupferbarren. Schmutz, dann können wir eine Wiese für Tiere bauen. Okay, was bräuchte ich für die Plastikflasche? Diesen Glibber. Wie kriegen wir diesen Kletterpflanzen-Glibber, Hikari? Ich weiß es nicht. Ich habe den halt random bekommen aus, glaube ich, seiner Kiste. Ah. Ich höre eine... Stimmt, da ist rechts eine Insel. Boah, sollen wir da hin? Ja, können wir. Hast du, haben wir ein Flöding? Anker? Ne, haben wir noch nicht, ne? Ne. Wollen wir mal, ich gucke mal, ob ich einen bauen kann. Oh, warte, scheiß nochmal hier. Ne, Seile. Ich brauche das anders. Die Seile kann ich machen. Ja, warte, ich baue einen Anker. Ne, ich habe das falsche gedrückt. Ich kann trotzdem einbauen. Unter, achso, unter Wasserpflanzen könnten diesen Glibber geben. Ah, okay. Okay, ich habe auf jeden Fall einen Anker. Dann lass uns da mal hin. Äh. Zack. Nice. Seetang unter Wasser. Yo, yo. Müssen wir uns auf jeden Fall mal besorgen. Sing mal ein Seemannslied hier, Carrie. Oh, wir paddeln im Meere. Kannst du noch Captain Jack Sparrow? Oh, ich wollte, ich fand von Captain Jack Sparrow dieses Meerjungfrauenlied richtig nice. Wie geht das? Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Mir sagt das ehrlich gesagt gar nichts. Also es gibt so eine Szene, da sind so böse Meerjungfrauen und die singen dann ein Lied von dem. So, wenn die so die Männer töten. Hä? Dann möchte ich das nicht singen, dann habe ich Angst. Okay, ich höre den Anker. Äh, höre ich den? Ja? Höre ich den? Ei, 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 ei! Oh nein! I will reparear this shit. Ist der Anker jetzt schon runterge-dingens? Nein, nein, noch nicht. Wir lassen uns noch ein bisschen... Okay, ja, vorhin waren wir voll nah dran. Ist ja egal, dann schwimmen wir einmal drumherum. Ja. Wie lässt man den denn runter? Du musst den auf E und dann werfen. Ah. Steine bleiben also einfach in dem Eimer drin oder was? Okay, Herr Lüff. Der hat jetzt auch noch so ein Floß, aber da kommen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Oh, gegen den Mond, wie schön. Oh, so beautiful. Okay, ich werfe den jetzt einfach hier. Ja, kannst du hierher machen, oder? Hast du gemacht? Yes. Ach, ist das schön. Man kommt wieder und es ist Tag. Ist irgendwas Schlimmes passiert in der Zeit? Nee. Nee. Okay, nice. Greift der Hai eigentlich das Floß auch an, wenn keiner am Floß ist? Ich glaube, dann ist er eher bei uns und wir uns alle rein. Ja, hoffentlich, ne? So, jetzt nehme ich erstmal ein paar Planken hier. Hey, Moment. Das ist genau dieselbe Insel, auf der wir schon mal waren. Also genau derselbe Aufbau. Ich war schon mal auf einer Insel, die genauso aufgebaut war. So mit diesem Stein. Und dann bin ich hier auch drüber gegangen und habe die Bäume genommen. Genau dieselbe. Ist wahrscheinlich halt nur random. Ich habe übrigens Palmsamen. Dann können wir Palmen anpflanzen. Das ist richtig gut. Kriegen wir Kokosnüsse und Holz. Nice. Okay, meine Axt ist kaputt. Steine. Oh, ich brauche zwei Steine. Wo bist du eigentlich? Bist du auf der Insel? Ja, ich bin so im Wasser und sammle Schrott und Eisen und sowas. Steine. Ich muss einmal was trinken. Das sehe ich gar nicht. Das ist voll doof, dass man da nicht mehr rennen kann. Wow. Wow. Der Hai ist voll durch unser Fluss geschwommen. What the fuck war das? Oh.